Ich hab doch gesagt, er ist taggt. Ich hab getaggt, aber da bin ich runtergesprungen. Du bist nur in der Nähe gesprungen. Ja. Ich wär ja mad, wenn ich jetzt schon wieder gehitten hab. Er hat das zweite Mal heute mitgemacht. Er hat gerade eben Quarry 1080 Wallbrand. Ich glaub, heute ist ein Lucky Day. Wie wär ich da ein Meisterschmiede, was? Ja, Meisterschmiede. Das ist eine Clip-Reihe.